Das ist zwar jetzt nur eine provisorische Mauer da. Einfach damit die Viecher nicht... ...hörkämmern. Aber... naja... Da haben wir einen Baumstel, ist auch interessant. Obwohl ich sagen muss, dass du ein Hilf bei dem Botanikhaus hast, wo du ein Hilf stehst. Das ist irgendwie ein kleineres wahrscheinlich. Also irgendein Anbaum oder weniger eigentlich nur. Dann müsste man vielleicht schauen, ob wir da vielleicht das losen machen. Kann man Mauer treppen machen? Was kann man machen? Was magst du machen? Ja, Mauer treppen machen. Ja! Ja, 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 ja! Ja gut, in die Heiser müssen wir auch ausgleichen. Das sieht bei dir noch nicht aus, nicht? Hm. Weil es haben so Ohr mit Bauern, Leute, wo Kuckuck ist. Ja, oder... Ich glaube, ich mach so richtig geile fette... Nein, mach so richtig geile fette Treppen. Richtig pornös, Alter. Richtig pornös. Voll rich nigger-style. Die haben wirklich nirgends wo Fackeln drin hängen, die Leute. Oh. Was ist denn das? Der Jens? Oh, jetzt hätte ich noch mal hier kommen. Machen wir mal mehr. Na ja, und dem Dorf darf nur einiges verbissen sein. Ich glaube, wir haben einen Bug gefunden. Ich glaube, wir haben einen Bug gefunden. Oder den Jusitzern, weil jetzt verdoppel ich die einfach mit meinem Amor. Und so dreifach ist einfach ein verdoppel Tausendbauer. Was ist da passiert? Ja, was ist das? Okay. Die Schmiede schaut ein wenig aus. Oder dumme vielleicht. Oh, lol. Hm, sogar mein Haus war nicht einmal ausgeleicht. Ich weiß doch nicht wie ich mein Weg mache. Soll ich bannenhaus. Soll ich bannenhaus. Ich weiß doch nicht wie ich meinen Weg mache. Wenn du Marmor brauchst, die für Dobi zum Dreifach sind, das muss man jetzt sagen. WTF, was wüsst du? Dann mach ich nicht, ich verwängert's. Ich bin nicht blöd. Ich bin so blöd. Ich bin so blöd. Ich hab für den Rechenfehler gekauft. Fuck. Egal. Ist doch nicht da. Ich vermehre's nicht, ich verwängert's. Was ist in unserer Mauer passiert da und drei Lecher drin, oder? Ich weiß ja nicht. Und da wieder vier Hurensöhne da und haben unsere Erde wirklich geglaubt. Ich glaub, die Hurensöhne können wir mir alle die ganzen Länder rein. Das wird auch ein Block. Da ist ja so ein Baum. Großholzstamm. Fuck. OHO! Ja. Dumme. Ja, das muss ich auch noch versetzen. Wo ist denn? Ich hab's gefunden. Da haben wir da so einen dicken Bahn bei uns stecken, oder? Im Dorf, da so so einen großen Dorf. Ja. Der wurde auch ein bisschen Tag da. Ja. Schau doch mal die geilen Bretter auf, oder? Da haben wir da. So. Schau mal her. Großholzbrett da. Großholzbrett da. Großholzbrett da. Großholzbrett. Gehts da noch geschwind um und leuchtet jetzt da den Rest noch aus Natürlich schon dumm ist er im Loch da unten, ist wieder nicht ausgleichbar, ist ja klar Kann das selber selber ausleuchten, der Tepp So, du meinst das Loch? Kannst was ich noch was mit dem Loch meinst Ha 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 Da leuchtet den Kanäheiser mal wein aus, weil jetzt habts alle so dunkel halt in den Kanäheiser da Das ist noch nicht mehr schön Warte, wieviel Fläche das ist zum Ausleuchten, Digga Ich bin jetzt schon random am durchrennen durch das Dorf, weil am Anfang mal irgendwo angefangen mit einer so einer Struktur mehr oder so Und jetzt bin ich schon am Machst du das Holz da schnell losen, du Pfosten Ich hab da Stubb loslosen, schau, das kann ich ja jetzt oben verwenden, also alles dort losen Ich brauche noch mehr, du dumm Du bist so dumm, Alter Ich wollte nicht mehr oben, aber ich hab nur noch einen Block mit oben und hab geschaut, was dir ausschaut Man, übrigens Gravel von wat, du brauchst Ja übrigens, Gravel von was, Gravel und hast du aus Ja, übrigens Gravel kannst du es du brauchst Er war so bei Gabe überhaupt im Spawner Er leitet jetzt einfach mal die Äußerung Stempel Das ist nicht schön, mein Kopfbauer muss, was auch nicht. Wenn mir jetzt das eine oder andere gäbe ich frei bleibt, ist mir das wurscht. So, die nächsten drei Stecks, mein Dank, Christen. Drei Stecks Fockeln habe ich schon verpleintet in dem Dorf. Ich muss auch ein bisschen Lichtmöglichkeit geben, Alter. Wie ist deine Frau? WUDINI! Wir sind alle kleine Wudini, stinker. Ich habe keine Ahnung, Alter. Ich habe keine Ahnung, Alter. So. Ich glaube, die haben sogar ich gebaut da. Kann so eine Scheiße sein, wenn sie es nicht gebaut hast. Du hast an der Mauer angefangen, du bist auch mal umgerannt, oder was? Ich habe ein bisschen, ja, anders gesagt. Ich habe ein bisschen Fockeln rausgegangen. Ich muss ein bisschen rein, aber sonst bin ich nicht fertig. Ich habe einen großen Flächenbereich, jetzt Optiker, oder? Ich brauche Füllung, bis ich es aufbaut werde. WTF? Ich habe meine Füllung, bis ich nochensional. Ich eine Ich habe Es gibt ja gar nicht mehr wieviel Tricks Focken, das ich brauch, Alter. Es gibt ja mal die grobe Wiesenfläche durch den Doppel, wo der Herr Dominik eingebaut hat, er hat gesagt, hey, die brauchen wir wieder, die Hex nach, das müssen wir wieder, das hilft nicht, so hat er es ja gekehrt, wie wir den Shit eingebaut haben, mein Haus oben ist das oberste noch nicht ausgleichen, ja genau, das kann der nicht, aber schaut nicht ausgleichen. Boah, genau, da nehme ich aus Burgen, ja. Hey, haben die Gards eigentlich Oli in dem Turm umkommt, ich sah. Ups, es ist aber, wenn wir mal rein kommen. Hast du die Jurid? Eventuell. Muss man schon, muss man schon sagen. Braucht 20.000 Stacks. 20.000 Stacks. 23.000 Stacks. 21.000 Stacks. 2.000 Stacks. Was? jetzt sieht clean aus schaut aus wie cobblestone ich muss noch ein Teil ausleisten da die Möglichkeit hat er da mal zu versiegelt ich hab's sogar schon mal in der richtigen Hand gepackert war auch gerade aus Versehen schaut aus gleich da aus so was ist jetzt da geht's euch da ist ein klein daheber da fällt mir gleich ich schau gar nicht mehr so scheiße aus Diorit ist das dann gibt es aber verschiedene auch gibt es noch Diorit dann gibt es noch oder Granitkammel Haudima und Haudima und Haudima und Haudima was gibt's denn noch was ist denn dieser Bambus ich würde einfach mal mit Bricks haben Brick oh man kann man sieht Bricks nimmer es ist dann hat ein Kappels direkt aus oder Basalt Bricks Britannia da da Andes sieht schon geil aus schau mal nein ich bin nehm mal rein rheinfrüh forst blazed Brick ich kann's nicht aussprich hier aber egal hochofenziegel plus ähm ähm veredelt die Eisenplatte dumme schau mal ja Andes sieht Bricks die schaut geil aus schauen also wenn es betonen also mädchen mit dabei hätten die fuhren ich habe an das sieht die scham und so ist man ob du weißt du weißt haus aus wieder haus muss mit einer mauer passt und sofort ein ohr an das sieht ich habe ein ohr an das sieht glaubst du dass ich nur vier mal gestorben in der letzten zeit ich habe die geister bis gestorben jetzt vorher oder so man kommt mit heiß durcheinander formel mal kurz wenn an das sie tun genau oder in meiner höhlen stückte jetzt in der höhle drinnen da ist an der sieht ich glaube an das sieht dies ganz geil oder na das kann ich nicht bringen dass ich jetzt einen weißen boben noch nehm na das kostet echt nicht bringen dumme du willst mich überdrehen mit weiß ich möchte nur so ein merken nicht dass du nur weiß im kopf hast oder ich bekomme es mal heiß wieder eckert jetzt pass auf warte mal jetzt muss ich eine ausgesuche fuck druchst und erde einer klatschen das passt schon ich sehe noch alles provisorisch ich packe mich schon wieder geschluffelt das sind doch lecker ich wollte ja immer noch nie auf ich habe ja ich bin ich bin auf ich bin auf ich bin Nein, ich finde es nicht. Doch, das ist schon geil. Ah, mir gefällt das nicht. Ob ich so weiß, ist es auf alle Fälle. Ah, so viel Heu gerade gar nicht. Genau so viel Heu. Haha. Nein. Doch, der, geil. Oder wir machen die normalen Bricks. Oh, jetzt baut der dumm, ist er ganzes Haus wieder um, gell? Ah, das sieht doch schon doch geil aus dem Sting. Naja, das bleibt das so. Ich schau nur, was ich für dir mache. Ich glaube, ich mache es aus dem dort. Aber... Oh Gott. Warum hält er nicht so kleine, so kleine, so kleine Ruggler? Das ist so kleine Stammbilder. Schon wieder, jetzt schon wieder was. Was ist das? Was ist das? Ah. So, ich schon wieder was. Jetzt wird es überhift. Hast du schon 3 GB, äh, auch keine. Na, heute glaube ich nicht gemacht. Ja, also. Mal kurz die Aufnahme stoppen. So, dann geht es wieder weiter. Aufnahme läuft, Audio läuft. Passt. Jetzt war ich nochmal beim Homefahren wieder. Ich bin wieder 150 km vorne. Oh, oh. Geh, bin ich. Ja, krass. Ah, du weißt denn warum. Äh, du hast ja, ähm. Eines da von Kirche fahrst. Äh, von Bickelberg. Fast sogar. Ja. Ah ja, die Strecke muss doch noch bis zu 60 km. Na, da haben wir ein Dorb empfangen. Die Strecke. Ja. Von... Und, ähm. Ich weiß nicht. Dann hab ich mal wieder... CD, Alter. Weil ich nicht so an das Ding käme. Dann hab ich mal wieder, ähm. Von Ed Sheeran ist Karl. Und nachdem ist so, äh, so ein geiles Lil gekommen. Ich weiß auch nicht, wie das heißt. Katschi. Dann bin ich einfach... Hä? Katschi. Äh, da bin ich wieder so schnell gefahren, das... Äh, das war nicht mehr normal. Bin wieder so schnell gefahren, aufgrund von dem Lil, leider. Oh, das Lil, das baut auf, Alter! Warum spawnen, äh, so... Lohnen? Warum werden die nicht größer? Das Konstrukt. Das Konstrukt. Giftige Kartoffel, wirklich. Das ist mit der anderen Verte, nicht mehr. Ich weiß, dass wir jetzt noch nicht mehr auf dem Feld sind. Ich weiß nicht, ob wir alle vierten fjertig sind. Ähm. 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 Ich glaube, wir stehen schon mit drüben und Gang ab, der ist aber noch nicht da. Ja, wir haben uns ein bisschen koeit, weil wir was braucht haben. Das ist ja nur, was wir brauchen. Kohle Kohle! Schwuppdi Buu! Kohle Kohle! RALALA! Jetzt habe ich den Scheissdruck im Coop wieder! Ich kriege es nicht mehr raus! Oh nein, meine Spitzhacke ist kaputt! Again! Ja, wir fallen ganz schön vor die Fälle, da folgt man kurz auch! Ah, mein Metall ist, glaube ich, noch immer zu viel mittlerweile! Manchmal bohrst du Sticks, von der Scheiss sind beieinander mittlerweile! Also Diorid, du brauchst nur Bricks! Kein Diorid, warum brauchst du Diorid? Komm rein! Komm rein! Komm rein! Komm rein! Komm! Komm, bote, 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 bote! Jumboote, bote, 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 bote! Oh, stutt, der kommt nicht! Er wollte gerade noch einen in dein Haus unlocken! Oh, der will nicht kommen! Was ist so an? Nein, Hauptoson! Mit mir hat da einfach die Truhe ruft! Ist auch gut... Du kriegst ein wenig Luft, da stinkt es dann recht drin! Was soll ich nochmal sagen? Waus brauche ich nochmal, Eckert? Irgendwas habe ich gesagt, was ich brauche! Ante Siet, da hast du gesagt! Na, Diorid! Ich hab keine Diorie mehr Mhm, ich hab 6 grad Wann ja du bin doch Diorie doch, keine Ahnung Ja, was nicht Denk immer Hauptsache nur ein Stein schauf hin Eine Uhr, wachst du nicht Wird das werden? WTF Was hast du denn das gebaut? Was denn? Mein Keller Ja, der Versuch der Anfang Ja, das ist der Lagerraum Ich hab immer nur noch Kissen Da hab ich kein Holz nicht gehabt Wie voll Ja, hm Hat sich schon orientiert, aber jetzt 2,5 Stacks Ähm Weizenauerkühl Lol, was ist das? Hofer? Das hab ich von vorher mal mitgenommen Gell Das ist ja geil Peizenter Halt He Sehr Er Unter Man Es ist jetzt ein Holz Help Schon wieder an, das zeig mal! Fickzink doch, hola, was ist denn das? Roggen haben jetzt gefunden, Alter! Boah! Ich weiß nicht, dass er noch in Softweizen sind. Okay, und mit dem komischen Garten-Scheiß direkt beschäftigen wir irgendwann einmal. Wo ist denn der, der wollte die Truhe eingestellt, die Doppeltruhe, weil du kannst jetzt die ganzen Crap, den wollte ich gefunden, ob der noch mit dabei ist. Ah, fuck. Ah, da ist er. Ich weiß nicht, warum ist der nicht weit weg von meinem Haus, oder? Dies muss der, einer, dies muss einer. Horfer, Roggen, Gerstzimmer, Mais, Gurken, Bambus, Spargel... What the fuck, wie viel Mühe, Alter! Ich bekomme so viel, wenn wir überhaupt nichts geformt hätten, oder so. Wir haben ja noch nichts geformt. Wir haben ja gar nichts geformt. Oder gar nichts. Oder gar nichts. Was ist denn wiedergegangen, du? Hm... Wo ist denn mein ganz Holz jetzt schon? Das gibt's ja nicht. Da war voll immer Holz, Gott. Da war nicht nur 6. Sonst sicher nicht zuerst. Wo ist mein Holz? Ich mach mal das Kirschholz verballern, du. Oh, jetzt mach ich das Kirschholz verballern, du. Oh, oh, jetzt mach ich das Kirschholz. Und du denkst, scheiße, auch einfach wieder mit. Das ist ja beim Ausgleich, Gott. Limettenholz. Da muss wachsen, da vorne wieder für riesige Kolossus-Dinger da. Das ist doch Eichen, oder? Leute, wir brauchen noch mehr, die Uri Deckert. Eichen, ja, interessant. Das sind riesige Eichen dahinter. Was ist das hier für Karls-Holz? Silberstamm. Das ist doch... Ah, Silberstamm ist das andere Holz. Das ist das Gegenstitel zu dem, ähm, zu dem, ähm, zu dem, ähm, zu dem Wurst dahin steht bei uns so drin. Dumme. Hm. Hm. Den Moos der Steine. Den nennen wir auch gern mit, gell. Oder, Dumme? Was? Den Moos der Steine nennen wir gern mit. Loll. Mach das. Da bin ich mit oben auch nicht fertig. Oh, Loll, ich hab... Du hab gesagt, du hattest kein Eisen, gell? Ja. Ich hab einmal zwei... äh, One-Stack Eisen in meiner Trüe drinnen. Du hast doch keinen Eisen gehabt. Ich glaub, es ist ja ein Meersch wieder. ähm das komische biom dahint wo die die bemosten stone in der gegend umeinander liegen einfach und schon geil oder bau gerade ohne bemosten stone ab einfach weil man daraus ziegel machen kann vor der hand ist echt nicht fertig also so riesen spitz haben oder so ein bereich ein klubs und es ist ein eispringer zum mass sommer das ist sauer zu voll ich hab jetzt schon über ein stack alter wie macht man noch mal die briggs davor und die wackels ich brauch nur ein silber kopf das ist sauer zu voll hallo spinn nervt es mir nicht das ist von mir jetzt weg ähm ja ich fand ein wenig voll so bemosten steinteile wie so oh was haben wir denn durchscheinend das ding was da drumherum gefunden hat gell das das ich denke was kommt da ist ein wenig verrodet um das drumherum machen ah ja genau das ist das ja moos steine und so zum zeichnet oder auf ein wenig moos steine muss ich noch mal weil ich mir gesehen oh da unten kann man auspringen was sind das unten für komische kistendinger dann urnen oida oida ich bin gerade in der urne festgestakt ja 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 da liegen da Erdblöcke und hellgrüne steine umeinander cool kannst du mit truhe ausladen die urnen kommen übrigens auch aber du frede eckert über voll mein inventar war voll und die truhe kannst du auch ausladen oh das ist ja geil der zeigtrink wenn dumme ja ich hab mein bahn gefunden ich hab mein bahn gefunden wo ist denn für ein naja hab doch gesagt eine Handel